so links zu rechts offen anfassen und ergab jetzt mal ein ton von sich oh jetzt mich eigentlich eher dann ja leck mich doch im arsch so viel erster wiederholung erster raum wiederhole sich im zweiten passiert gar nicht bei mir zum nicht er war an ich habe ihn beim ersten mal anmachen müssen dann wurzelbehandlung damit funktionierte diese wurzel das ding da sieht im schatten immer mehr aus wie eine darstellung vom teufel so jetzt sind wir weiter umschreien wasser radio wurzelbehandlung nein wird sich nicht zählen wir probieren es mal warte warten wir gerade links oder rechts am laufen meine links habe ich zugedreht also war rechts am laufen ventilator aus machen wir links aus rechts an radio ist jetzt wieder aus ich habe nur eine sache geändert was passiert jetzt hallo hallo nicht weil wir 28 minuten jetzt schon voll haben war das ja das konnte auch machen das mal in die sache das ist ja das ist ja das gibt mir gleich da will ich nicht wenn ich mir warten konnte ja mein fenster flackert wuuu ich glaube jetzt das ist einfach blam 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 Oh, wir haben einen neuen Brief. Das ist eigentlich Bilder von dir. Sehr geehrter Herr, bezüglich der kürzlich durchgeführten Inspektion ihrer Räumlichkeiten fordere ich Sie hiermit im Auftrag des Staatsverwaltungs, der Staatsverwaltung, des Staatsverwaltungs, steht hier. Ja. Ja. Okay, dann noch ein Wort hinter. Nein. Nein, des Staatsverwaltungs dazu auf. Das ist der Satz. Also Sie waren hier das mit dem Doppelsupport. Ja. Folgen Brandschutz und Präventationsmaßnahmen einzuführen. Gewährleistung, dass die Theaterausstattung den Anforderungen für feuerbeständige Materialien entspricht. Was finde ich also? Gewährleistung, dass die Infrastruktur des Dardas in Brandpfalz über einen Fluchtweg verfügt. Sie haben 30 Tage, um diese Maßnahmen einzuführen. Mit freundlichen Grüßen und mühörlicher Unterschrift. Kündige Institution für Gendarmerie. 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 Da steht aber G-E. Gendarmerie. Steht da nicht. Und brennt schon. Ham. Habe das soeben erhalten. 30 Tage blöde Säcke. Halt sie. Halt sie hin. So geschrieben wird. Nein. Ich bin Französisch. Die Blumen sehen aus wie eine Ameise auf der Wabe. Ja. Hab's doch keine Ahnung, wo ich erkennen muss. Aber ist egal. Die Keller geht schon mal auf. Die hier geht auch auf. Ähm. Was ist das? Ja. Ja. Der stille Ort geht auch auf? Ja, der stille Ort geht auch auf. Na. Ich merke hier aber kein Bruch, da drin. Gehen wir da rein? Ist alles so schön wieder in... ...Leb hier. Der Sprecher kam mal wieder etwas schreien und dann war der Sprecher wieder da. Hallo? Ich möchte das bitte aufheben. Ja, super. Lucia, erste Offizierin. Sie lässt nicht zu, dass jemand die Crew missachtet. Oder den Kapitän. Weil sie sehr stolz ist. So stolz. Bei mir liegt er hier. Ich geh zur Tür rein und der liegt da auf einem Haufen Zeitung. Bei mir geht's ja die ganze Zeit um die Crew. Na, 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 da ist Licht. Oh, shit. Also, das ist er in mir. Vater, nein, bitte. Was? Vater, bitte nicht. Was? Ich bin nur auf dich zugegangen. Ich habe nichts getan. Ich bin in einem Garten. Hallo. Stay out of it, Lily. Why, why can't you just, just leave us alone? Hello? Ja. Hat Lily gesagt. Und jetzt gerade, äh, hat er sie angemaut. Na, da spielen wir jetzt Alice. Ähm, ich hänge wieder. Ja. Na, wann werde ich wieder ein Herzen verkriegen? Erst mal aus Orientierung, hüblich. Du füllst den Kopf des Jungen mit Unsinn. Also, ob er nicht schon nutzlos genug wäre. Sieht das? Nicht. Mich blinkte da nur was an. Eine Tür. Eine Tür. Ja, ich habe hier eine Tür. Eine Tür. Warte. Ich gehe mal wieder zurück. Ähm, ein Anhaltspunkt, ein Anhaltspunkt. Hat durch den Garten. Und dann bekomme ich da so unter einer Hecke hergehen. Und dann bin ich hier einfach nur den Licht lang gegangen. Da am Licht vorbei. Da war ja das, wo er sagte mit von wegen du füllst den Kopf des Jungen mit Unsinn. Ja. Bin ich rechts, äh, links dran vorbei. Und hier ist die Tür. Guck mal. Aber ich glaube, der hat doch nicht einfach noch nicht. Habe ich auch. Weil, äh, wenn ich da rufen und es ist ganz anders, ich will, dass man was anderes gibt. So, 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 so. Oh, oh. Nein, bitte. Ich habe ein Auge gefunden. Ich habe jetzt hier gerade ein riesen Dach geöffnet. Ein riesen, Riesen zum Club. Ich habe jetzt gerade hier das Dach geöffnet. Ich muss den nicht verschreckten Kopf abreißen. Oh Gott, den muss ich. Ja, super. Geigen. Wir sind Geigen. Nein. Nein bin ich nicht. Nein, ich bin ausgewichen. Ich kann aber nicht rennen. Warum kann ich nicht rennen? Ähm. Warte, warte, warte. Hallo. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es um die Ecke laufen kann. Ach, wenigstens speichert es mir, wenigstens geht es von da an weiter. Das wäre jetzt echt mies. Warum läuft jetzt die Flamme auf einmal anders rum? Aber vorhin liegt die im Kreuz da. Ich bin hier noch in der Ecke. Wann bringst du mich um? Ja, die war auch leise. Die war sehr leise gewesen. Wieso legst du mich einfach um, du Arsch? Nein. Nein. Bei mir hat sie nur den Kerl angeschrien, lass ihn in Ruhe, du einäugiges Monster. Das war's. Dann hat er gesagt, wie nennst du mich? Und das war das Gespräch. Toll, ich weiß nicht wohin. Du bist auch irgendwie immer schneller hier. Hund. Ah. Ah, ich verstehe. Ich müsste nur der Flamme folgen. Danke. Ich war jetzt genau so getroffen worden, aber ich weiß nicht aus welcher Richtung. so. Hier sieht keiner. Hier sieht aber keiner. Hier starten wir wieder hin. Nein. Komm, hinterher, hinterher, hinterher. Los, 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 los. hinterher, so weiter Weiter, 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 weiter Ich bin vom Blitz getroffen worden. Ich bin vom Blitz getroffen worden. Ihr kommt mir mal grad entgegen. Wie lange, kommst du um die Ecke? Ja! Ich hab doch eine Folge übernommen. Ich hab's euch vertraut! Ich glaub das war... Okay, ich pass nur nicht wohin. Hallo! Auf Wiedersehen! Oh scheiße, ich kann hier nirgendwo weiter ausweichen. Toll, ich kann nicht weiter nach hinten, aber sie kommt mir genau entgegen. Toll! Okay! Oh, komm! Ich weiß nicht wohin. Weil zurücklaufen kann ich nicht, äh... Und, äh, raus kann ich nicht. Kann ich ja nicht, sie kommen mir genau entgegen. Sie kommen direkt auf mich zu. Ich weiß nicht wohin. Du bist so ein Arschloch. Weißt du das? Ach, klar bitte. Also, auf das ist nicht erst gesagt. Ich musste das tausendmal machen. Das ist jetzt schon das vierte Mal. Ich musste das tausendmal machen, wenn ich endlich getroffen habe. Ach, hoch. Ich muss das tausendmal machen. Ich muss das tausendmal machen. Jetzt kann ich das mal nicht machen. Okay, ist das noch egal, aber... Nicht gegen die Bank laufen. Nicht gegen die Bank laufen! Aber wenn du ins Dunkel kommst, hennst du? Ja, ich soll mir die Ränder angucken. Ränder, 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 Ränder. Irgendwo ist dann da andere. Ränder, 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 Ränder. Ränder, 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 Ränder Render, 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 ich sehe nichts, ich weiß nicht wohin. Render, 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 Ach, bis hierhin kommst du nicht, du Arsch doch kommst du. Render, 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 Lala, ich sehe es trotzdem nicht. Render, 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 R Anscheinend, aber ich bin nirgendwo... Ich hab nirgendwo an der Ecke, am Rand was gesehen. Am Rand war nix. Bei mir war halt nur diese Gasse. Da muss ich es wahrscheinlich verfolgen. Ich habe das gesehen. Ich habe das gesehen. Wann bin ich denn dadurch? Ähm... Hier ging ein Teil vom Busch zu. Das ist so ein Schließmechanismus. Mhm. Komm, Flamme, geh an mir vorbei. Und komm zurück. Danke. Jetzt muss ich dich wahrscheinlich verfolgen. Ja, hier rein. Ihr kommt aber wieder. Hey, ich stand doch mal in der Gasse. Das war ich denn gerade in der Gasse. Aber eben das war so ein Spalt. Und jetzt war es so ein Spalt. Und dann werde ich getroffen. Es ist immer das Spalt, wenn du siehst. Boah, ich hasse dieses Spiel. Ganz ehrlich. Bald, ja bald trete ich den in den Arsch. Ja, ich auch. Deswegen spiele ich auch nur noch. Weil ich nur noch das Ende wissen will. So, kommen sie wieder vorbei. Dankeschön. Nein. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Bitte zurück, bitte zurück, bitte zurück. Fuck you. Scheiße, da gibt es keine Sackgasse mehr. Also jetzt muss ich da dran warten und dann... Ja, das ist wirklich das Leichtigste gegenüber dem Eben. So, bitte. Und nochmal, danke. So, bitte. Ich weiß es nicht. Bitte. Danke. Das ist auch eine Sackgasse? Nein. Nicht übersteuern. Dankeschön. Nein. Nein, 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 nein. Der Fies wird enger. Der Fies wird enger. Ich habe Blue gefunden. Was ist heute? Ja, sie ist auch tot, das habe ich schon verstanden. Und da hinten ging eine Tür auf. Ich habe mir die Blumen angeguckt und da hinten ging eine Tür auf.